Du-dudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud So, Junge. So, Junge. So, Junge. So, was wir aber mal für den Eid mit Nito machen können, das werde ich übrigens offscreen machen. Das kündige ich jetzt einfach schon mal an und zwar den, äh, dafür brauchen wir die Augen des Todes und die kriegen wir von den Fröschen. Das heißt, ich werde die irgendwann mal von den Fröschen Farmen gehen. Und das werde ich nicht im Let's Play machen, weil Farmen gehört mit zum Spiel, aber er ist scheiße langweilig zum Zusehen. Und ich weiß auch nicht, ob das Let's Play immer noch die gleiche Witztiefe hat, wie es mal ursprünglich war. Aber ich bin in der Zwischenzeit sehr viel leiser geworden, allein schon wegen Konzentration und so weiter. Aber es macht immer noch Spaß. Ich kann es immer noch empfehlen, selbst zu spielen, zu kaufen oder auch mir zuzusehen. Darüber freue ich mich natürlich auch. Wenn jemand gerne mit zuseht. Oh, das ist effektiv. Das übrigens auch. Oh. Schade. Ah, ja. Egal, wir werden später nochmal wiederkommen und dann werde ich mir den Typen richtig vornehmen. Hier ist gerade echt das Problem in dem Gang, dass wenig Platz ist. Da wäre vielleicht eine andere Strategie besser. Machen wir später. So. Wir haben die Katakomben. Wir haben... Ja. Den Endgegner hier gemacht. Einen Weg nach unten habe ich immer noch nicht gefunden, aber ich habe auch jetzt echt keine... Keinen Bock mehr weiterzusuchen. Gehen wir nochmal zu Prinzessin und gucken, was die zu verteilen hat. Einfach nochmal kurz losstellen. Ihr wisst ja, wie das ist. Einfach mal Hallo sagen. Ich meine, schließlich habe ich jetzt schon zwei Endgegner neu. Geklatscht. Oder drei. Ja. Das kann man der jungen Dame ja mal sagen. Vielleicht sagt sie uns ja auch was. Ich leiste ein Eid. Wie könnte ich ihn auch anlässt. Sie ist ja an. Ich leiste ein Eid. Ich leiste ein Eid. Das kann man natürlich auch an. Ich leiste. Ich leiste. Alter, wir sind mal verfacke. Schade. Das ist sehr geil, Alter, das muss ich sagen, ist hier sehr, sehr geil. Und wenn wir an die Stelle von Feuerfürst Gwyn treten, ich meine, dann sind wir doch der neue Feuerfürst, oder was? Das ist hier ziemlich geil, das kann man mal sagen. So, dann reden wir mal mit der Schlange. Ich habe ja jetzt 5000 Folgen lang nicht mit ihr geredet. Jetzt in der Folge 5001, machen wir es einfach mal. So, ja, ne, ne, ne. Ähm. Warum schläft er jetzt? Was ist das, was ist der Grund dahinter? Weißt du, was ich meine? Gegenstand kaufen, was hat er denn los? So Eisenfleisch, Blitzschweif, Feuerball. Hm, welche die Flamme bändigt, um das Innerste zu verwirklichen. Starkes Schwitzen, Ferengert, Feuerschaden. Hm. Goodbye. Be safe, Freund. Jetzt bin ich hergekommen, um mit ihm zu reden und dann sowas. Und wie geht's dir, Mann? Da bist du. Ich gehe nach unten. Es ist nichts wertvolles drüben. Ha, 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 ha. Idiot. Entschuldigt, was? Alter, pennt er erst mal. Warum? Wird ihm das erlaubt, alter? Na ja, wisst ihr, was wir machen? Jetzt bin ich bockig. So, pass auf. Wir holen uns mal kurz. Ich will mal gucken, ob wir hier so ein Taschentuch kriegen, damit wir Geister töten können. Na, junger Mann? Oder ob wir, also wie viele Seelen wir unter Umständen brauchen und hast du nicht gesehen? Okay, die sind tot. Ja, 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 ja. Stress doch nicht so. Ey. Bist du auf, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Alter, bist du hart? Hier. Ah, wüsste noch die Anfangszeiten, als wir hier waren. Wie oft ich hier lang musste, weil ich gestorben bin oder sonstiges. Das ist alles so lange her. Oh, guck mal hier, Menschlichkeit? Nice. Danke, Ratte. Du bist eine gute Ratte. So, was ich mich frage, ob wir denn jedes Feuer jetzt entfachen müssen, um 15 Estos-Flakos zu haben? Ich glaube, ja. Na, machen wir mal nach und nach. So. Hehehe. Guck, hier kriegst du auch so ein Dingestens 500. Alter, 4.000? Boah. Gift. Wegesmarkierung, Dienst für Höhlenmessung. Das ist interessant. Menschlichkeit kann es auch kaufen. Und Läuterungsstein. 6.000, das geht endlich alles. Ja, ja. Wir müssen übrigens irgendwann auch nochmal einen Händler töten. Ich weiß besonders nicht welchen. Da kriegen wir auf jeden Fall Ushikatana. Das ist ein sehr geiles Samurai-Schwert. Also der Name ist Ushikatana. Das ist ein Samurai-Skatana. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ich glaube, das habe ich auch bereits in anderen Folgen schon mal erwähnt. Aber ich kann es jetzt hier auch nochmal erwähnen. Da gucke ich aber noch, bei welchem Händler ist weniger Schlimmes, wenn wir ihn töten. Sagen wir es mal so. Dann geben wir jetzt einfach mal die Glut ab. Teleportieren wir uns mal fix zu dem einen Mann. An dem einen Schloss. Hier glaube ich, ne? Wirst du hier den Typen an Sensfestung? Genau. Weil der hier am nächsten ist, damit anzubringen. So, junger Mann, pass auf. Hab hier ein top Angebot für dich. Ja, ich habe nie gehört von einem Black Ember. Hmm. Wie geht es um diesen Ember mit mir? Ich finde es sehr faszinierend. Ja. Na, danke. Das Ember ist wirklich etwas Besonderes. Ich bin bereits unter dem Schmer. Ich fühle mich sehr, sehr, sehr. Das möchte ich hoffen. Alter. Hier können wir wahrscheinlich irgendwas cooles machen mit dem. Sehr, sehr nice. Was brauchen wir hier für Funkeltitern? Alter. Wenn sonst nichts ist, weißt du? Vielleicht können wir mal, pass auf, wir machen mal, wir verwandeln mal hier zum Beispiel das Fall hier und verwandeln wir mal zurück. Göttliches Fall schon? Mhm. Oh, alter. Mit Magieschaden. Habe ich nicht vor. Keiner von uns wird sehen. So, pass auf. Ich wollte mal jetzt gucken. Was hat denn das jetzt... Ach, Mann. Ich muss natürlich auch das richtige Fall hier ankriegen. So, Magie hat 102 Schaden. Wollen wir mal ausprobieren, was das für einen Schaden macht? Ob das einfach nur jetzt so ein Statuswert ist? Das würde mich ja jetzt interessieren. Yeah. Oh, eigentlich wollte ich auch runterspringen. Hier hinten haben wir auch noch ein Gebiet, das wir abfrühstücken können. Alter, wir haben hier noch so viel zu tun in dem Spiel. Wir werden wohl noch ein paar Folgen Dark Souls machen. Ich glaube, wenn das hier läuft, was ihr gerade seht, sind wir auch schon... Wir sind auf jeden Fall dann schon über Folge 100 hinaus. Okay, so geil war das jetzt auch nicht. Schade. Ich dachte, irgendwie kriegt das so einen Feuereffekt oder so. Das hätte ich ziemlich geil gefunden. Aber gut. Wuhu. War nicht so, ist aber nicht schlimm. Sehr geil hier. Pass auf, Schmied. Ja, dem haue ich erstmal fett eins auf die Fresse oder was denkst du denn, Alter? So, ich kann es irgendwie immer noch nicht fassen, dass wir den einen Endgegner da unten vollkommen übersehen haben. Da kannst du mal sehen, was es für Endgegner gibt, die du echt übersehen kannst. Dass sowas in dem Spiel drin ist. Große Glut. Ich hätte mal lesen sollen, was die schwarze Glut macht. Ich bin so ein Beppo, Alter. Guck mal, jetzt ist er wach. So, pass auf. Hoorraa. 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 Was ist das zuvor? Tschüss. Merkwürdig. Ähm. Ähm. Okay, wir sind hier am Feuerband-Altar. Mega fett. Geil. Okay, dann machen wir das mal. Okay, wir können reden. Was ist es? Keine Reise für Wurzeln. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Wir kommen hier eh nicht mehr raus.